hallo und herzlich willkommen zum neuen let's play together world of tanks hier mit dem georg und einem abonnenten malzeit grüß euch pornographic oder wie auch immer man das ausspricht ich bin aber der georg uns zu bleiben uns lieber abonnent hat schon kein teamspeak ich hab nicht mal gefragt auf er hat er fährt einfach hier mit ich fahre mal auf den hügel rauf und ich hab schluck auf solche wollen wenn ich nicht sterbe und wenn du willst das war schon wieder knapp hier bist du ich trau mich nicht mehr obwohl ich versteck mich nicht im stein die sollen ja darüber fahren irgendwie aber keiner macht links links könnten wir so viel gebrauchen wo wo da das sind so viele scheiße dass er lernt zu play ja fahr nicht vor sondern halte ich bisschen zurück die holen wir jetzt nach der reihe mit uns und im gieß raus ah da komme ich nicht mehr durch fuck so wieder einfach mein motor trifft junge ich hab's eingetroffen er brennt hier sie kannst du hier ein bisschen hinziehen damit ich hochfangen kann wohin hier hier in die mitte der berger ist hier hier ist aber da wo gerade der andere leit wicker kommt jay du fix ihn so richtig hart ah vier leben jetzt tschuhe tschuhen mich äh ja klauen mich bitte sehr schön pass auf hier der t18 macht dich hohen schott wenn er dich gut trifft ja fahr so lieber zurück ich hau auch ab oder ja t18 kommt scheiße 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 ich bin tot ich bin tot ach du kacke jedesmal die diese verdammten steine hier schweiz scheiße scheiße boah der noob hat dich nicht richtig getroffen oi jensee kette weg scheiße scheiße die rette ist dem Panzerführer oha so weiter geht's aaaaaaah der kommt ja da runter das macht jetzt nicht wirklich oder ja ich hab seine kette ja verdammt 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 und jetzt hinten reinballern bist du behindert Bensi freut sich Junge alter das war jetzt knapp und der war ein Noob da war ja was schlechter als ich ach nee nee fahr zurück ich mache dem keinen Schaden so Premium Rounds geladen ach du Scheiße der lol Traktor wohin schießt er eigentlich ich fahr mal zurück jetzt zu zu zum Abonnent die du bist der mobility ob ich nicht mal mit der Prämien Muniz und durchkommen okay das schaffen wir jetzt noch georg jo server bitte wie ach so ich muss ein bisschen Spoiler ja das solltest um ich bin nicht durchkommen egal ja wir werden in nächster Zeit mal ein TeamSpeak Server ein Community TeamSpeak aufmachen für euch wo ihr jederzeit ne für alle ja nicht für euch ja für alle euch sind alle Abonnenten zukünftige Abonnenten und Leute die eben zuschauen und das Video gesehen haben da könnt ihr mit Freunden eben dann spielen und schön herumchillen in den Räumen außerdem werden wahrscheinlich noch paar naja Spiele Server kommen Game Server Modern Warfare 1 Modern Warfare 3 Battlefield Left 4 Dead und GTA San Andreas als auch 4 und des weiteren vielleicht möglicherweise aber das wissen wir noch nicht genau und Minecraft Server aber zurzeit sieht's nicht danach aus LOL ich dachte mir auch gerade ein Haar nee LOL das war jetzt Fake oh ja ähm da freuen wir uns alle schon drauf jetzt wir werden den bald kaufen hier die Server mieten so sagen und da freuen wir uns schon drauf 100 Abonnenten haben wir auch bald erreicht und die Sue wird mich jetzt umbringen und wir ähm weil du gerade sagst 100 Abonnenten demnächst kommt ne neue Folge Modern Warfare 1 ach du scheiße die killt mich jetzt ja nö die lädt viel zu lange nach nein lädt sie nicht ich sag's dir no aaaaaaah ne alter was sind das für ne geile Arti warum meine Kette ach komm hm hm Purno Graphics bist du AFK oder willst du einfach nicht AFK eindeutig der bewegt sich nicht jo der ist AFK wirklich ne ja jetzt nicht im Ernst und du hast vorher mit F geschrieben hm oh mein Gott ah deutsch ich liebe es ja dann beenden wir jetzt schon mal hier im Vorhinein diese Folge es hat uns gefreut dass ihr wieder eingeschaltet habt dann bis zum nächsten Mal tschüss tschau tschau